Hallo, was machen Sachen? Ja, ich bin etwas Interessantes gestolpert. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Es steht oben im Titel drin, ihr könnt es ja lesen. Und zwar, es wird jetzt im Juni bei den Olympischen Spielen in Singapur ein neues Segment geben. Es wird E-Sport vertreten sein als Sport. Was ich an und für sich echt eine coole Sache finde, dass man das immer mehr und mehr anerkennt, tatsächlich auch als Sport. Weil ich meine, wenn Schach Sport ist, ist E-Sport auch Sport. Und ich fand die Idee dahinter eigentlich, fand ich nice, fand ich positiv. Ich selbst habe jetzt nicht so viel mit Sport am Hut, habe jetzt auch nicht so das Interesse dafür, aber das hat jetzt doch mein Interesse mal geweckt. Es ist auch schon eine komplette Liste online für die Spiele, die dort vertreten sind. Und was ich halt nice finde, auch jeder Hobbyspieler darf daran teilnehmen. Es wird seit März tatsächlich auch, gibt es eine Qualifikationsphase und jeder hin zu uns, der sagt, jawohl, das mache ich, kann sich da bewerben und halt für Olympia vor Spielen, nenne ich es ja doch, vor Spielen passt, vor Singen ist schwierig. Ja, aber das ist jetzt nicht so mein Main-Thema, worum ich mich fokussieren möchte. Mir geht es vielmehr darum, welche Spiele sind da vertreten. Das finde ich das Interessante. Was denkt ihr denn? Was für Spiele gibt es denn dort? Was spielt man da bei Olympia? Ein bisschen League of Legends? Counter-Strike? Valorant? Wo Fortnite? Irgendwas in die Richtung? Nein, es wird nichts gespielt, was man so aus dem normalen E-Sport-Bereich kennt. Es gibt andere Spiele. Es gibt Spiele, die mehr sportbezogen sind, was ja an für sich auch erst mal Sinn macht. Aber ich finde die Auswahl doch ein bisschen seltsam, da ein Großteil der Spiele oder einige der Spiele tatsächlich einfach, ja, Mobile-Games sind. Es sind halt tatsächlich einfach Handyspiele und ich verstehe den Aspekt, dass man sagt, okay, wir möchten mehr in den Sportbereich gehen, wir gehen mehr so Richtung sportliche Simulationsspiele. Die Idee dahinter verstehe ich schon. Aber dass so viele Mobile-Games da vertreten sind, finde ich hart weird. Ich werde kurz dann auch noch mal was dazu sagen, aber ich würde sagen, mir gehen erst mal kurz die Liste durch. Zu dem einen oder anderen Spiel habe ich tatsächlich was zu sagen oder vielleicht auch zu erklären, wenn ich gesagt habe, ich weiß halt nicht, ob ihr die Spiele kennt. Ich weiß ja nicht, ob es einfach an meiner Bubble liegt, dass ich halt einfach keinen Plan von diesen Sportspielen habe. Ja, fangen wir an. Das erste Spiel auf unserer Liste wäre Tic Tac Bow. Ja, quasi einfach, du spielst Tic Tac Toe, indem du die Zielscheiben abschießt. An für sich klingt das interessant. Das ist auch eins der ersten Mobile-Games, die in der Liste vertreten sind. Also es ist halt tatsächlich, ja, weird, dass da so ein Mobile-Game, gerade so ein Tic Tac Toe, würde sich doch anbieten für Motion-Tracking und so weiter. Wäre doch eine coole Sache. Ja, aber nee, man spielt tatsächlich ein Handy-Spiel. Und das Wirde war, ich weiß nicht, ob es aktuell schon da ist, zum Zeitpunkt der Bekanntgabe, dass das Spiel gespielt wird, gibt es dieses Spiel offiziell weder auf Android noch auf iOS. Also es ist, man kann es nicht spielen, die App ist noch nicht im App Store oder im Google Play Store irgendwo vertreten, aber schon bei Olympia, was ich hart wird finde. Okay, das nächste Spiel auf unserer Liste ist WBSC E-Baseball Powered Pros. Das ist ein Switch-on-PS4-Titel. Kann man irgendwo nachvollziehen. Dort wird es mehr um so Timing-Geschichten gehen. Das, was ich gesehen habe, ist tatsächlich, man spielt nicht eine komplette Runde Baseball, sondern man spielt einfach nur den Dude, der den Ball schlägt oder der Dude, der den Ball wirft. Alles andere scheint, so wie ich das gesehen habe, ich kann mich hier täuschen, aber ich habe nichts gefunden, dass man halt einfach kein komplettes Set spielt oder so. Man ist immer der Dude, der schlägt oder der wirft. Gut, ich habe auch keine Ahnung von so Baseball-Spielen. Ich habe keine Ahnung von Baseball, aber es gibt ja so Leute, die da hin und her rennen. Das macht man anscheinend nicht. Ist so ein Timing-Spiel. Irgendwo ein bisschen kann ich das noch nachvollziehen. Timing. Man hätte auch auszuspielen können, da ist mehr Timing gefragt. Das fände ich viel lustiger. So als Beispiel oder so ein Written-Spiel an für sich, dass man einfach so Timing-mäßig was macht, anstatt einfach nur Button-Bashing. Ja, so viel dazu. Dann waren wir wieder beim Schach, Chess.com. Es ist angegeben einfach das Browser-Feature von Chess.com, dass man halt virtuell Schach spielt. Macht Sinn. Wie gesagt, Schach ist auch Sport, also kann man auch virtuelles Schach spielen. Habe ich jetzt nicht so viel dazu zu sagen. Das nächste auf der Liste ist dann Zwift. Das musste ich tatsächlich googeln, das kannte ich nicht. Und das ist dann einfach ein Programm, das man mit seinem Home-Trainer verbindet und man hat dann halt, ja man fährt dann virtuelle Rennen mit Radfahren. Das macht auch irgendwo, irgendwo ein bisschen Sinn, dass man das macht. Ich finde die Vorstellung an sich, dass man jetzt jede Menge Leute auf so einem Home-Trainer hat und alle mit so einem Bildschirm vor sich und dann um die Wette fahren, finde ich das schon ein bisschen lustig. Aber an für sich keine schlechte Idee. So Radrennen, die stören keine Autofahrer. Man muss nichts absperren oder so. Man setzt einfach irgend so ein paar Dudes und Dudettes einfach irgendwo auf so einen Home-Trainer und die fahren dann einfach um die Wette. Finde ich sehr amüsant, die Vorstellung. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich finde es einfach leid, so eine Sporthalle oder setzt sie auf die Wiese und lässt sich am Home-Trainer fahren. Das nächste Spiel ist auch, finde ich, in der Umsetzung bestimmt sehr lustig. Just Dance. Ja, finde ich einfach nur lustig. Ich weiß gar nicht, gibt es bei Olympia generell so Tanz. Ich weiß, es gibt Akrobatik. Das geht schon so in Richtung Tanzen. Aber auch Just Dance finde ich eine coole Sache. Gerade in der Crowd oder so, wäre das doch echt geil. Aber ich weiß nicht. Irgendwie so, es ist nicht so ernst zu nehmen, finde ich, für so ein Sport-Event. Ich meine, Just Dance ist super funny und total lustig, aber ich weiß nicht, ob das so passend ist. Ich sage, egal. Auf jeden Fall schon mal besser wie ein Handyspiel. Wird einmal getanzt. Das nächste ist Gran Turismo. Autofahren. Ja, das tanzt auch für mich so ein bisschen aus der Reihe, finde ich. Autofahren. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es halt auch einfach, weil ich komplett ungebildet bin und dass das tatsächlich eine Sache ist, die man tut, dass man auch bei Olympia irgendwo Motocross fährt oder so oder halt Rennen fährt. Ist mir neu. Ich habe auch keine Ahnung. Ich fand, dass nur wird, dass man spielt. Ist auch ein cooles Spiel. Ist ein nice Spiel, aber ich finde, das bei Olympia auch ein bisschen viel platziert. Meine Meinung. Was ist eure Meinung? Ähm, ja, ja. Das nächste ist auch wieder so ein Ding, was ich googeln musste. Ist virtuell Regatta. Ist ein Segelspiel. Ist auch das nächste Handyspiel. Es gibt eine Webbrowser-Version und eine App-Version. Segeln. Ich weiß nicht. Olympia segeln? Ich glaube, bei Olympia wird gesegelt. Das macht auf jeden Fall, finde ich, mehr Sinn wie Autofahren. Ich verbinde es ein bisschen mehr wie, äh, Autofahren, ja. Aber auch so wirklich so hart an der Grenze, finde ich. Ähm, so. Ich kann dazu viel nicht so sagen. Ich habe zu dem Spiel an sich nicht so krass viel gefunden. Man sitzt in seinem Boot und man kann halt irgendwie ein bisschen gucken, wo ist das Wetter und so. Kann auch sein, dass ich absolut nichts verstehe, was Segeln angeht. Ich habe wirklich vor dem Computer gesessen und recherchiert. Hä? What the fuck? Ich sage, okay, ich habe so keinen Plan, was da passiert. Aber, ja, man kann ein virtuelles Segeln auch, ähm, jetzt bei Olympia machen. Und das nächste ist Tennis Clash. Das ist die nächste App. Da wieder, äh, ein App spielt, was halt auch bisschen schade ist. Gerade Tennis. Wer hat nicht Mario Tennis gespielt? Sowas in die Richtung wäre doch viel, viel, nicer, wie jetzt eine App, wo du Knöpfe drückst. Ähm, ja. Sowas in die Richtung. Man könnte viele Sachen mit Motion Tracking machen. Und jetzt haben wir nämlich das Letzte, wo ich sage, geil, das ist eine coole Sache, ist Virtual Taekwondo. Das ist die einzigste von diesen ganzen Sachen, die tatsächlich Motion Capture oder, äh, via Motion Tracking funktioniert. Also da ist jemand, der sich tatsächlich bewegt und halt, ähm, ja, da hat sich da halt, äh, ja, Taekwondo-mäßig auf die Fresse haut oder so. Es gibt so viele Sachen, wo ich sage, das wäre doch eine coole Idee, wenn man das mit Motion Tracking oder sowas, oder so eine leichte Variante mit Motion Tracking, wie jetzt beim Tennis zum Beispiel. Man könnte dort ja einfach, wie man es halt schon von der Wii kennt, mit so einer Wii-Perminierung Tennis spielen. Oder halt auch, äh, das Tic-Tac-Bau. Das wäre doch so eine geile Sache, wenn man das via Motion Tracking mit, äh, ja, einem virtuellen Bogen machen könnte und nicht halt mit so einer Handy-App. Ich finde die Handy-Apps echt hart da drin. Äh, diese Apps haben teilweise echt ein hartes Microtransaction-Problem. Also, das finde ich schon kackendreist, dass man sich halt hinsetzt. Von Olympia sagt, diese Spiele nehmen wir und dass diese Spiele so hart mit Mikrotransaktionen um sich werfen teilweise, das ist nicht okay. Das finde ich echt nicht fein. Das ist nicht okay. Da, wenn die halt, äh, bei sowas mit dabei sind, dass, das finde ich sehr bedenklich. Das finde ich halt, das, das ist, das ist kackendreist, wenn man mal so sagen darf. Ja, und das finde ich halt auch sehr bedenklich, dass man grad bei so einem großen Event, Olympia ist nicht klein, dass man dann hingeht und sagt, okay, wir unterstützen diese Hersteller, diese App-Entwickler, die sagen, wir ziehen unseren Leuten das Geld aus der Tasche, dass man als so große Firma oder Event oder was auch immer Olympia zählt, einfach diese Apps auch unterstützt. Die hätten so geile Sachen machen können, selbst wenn sie sagen, okay, wir wollen E-Sport drinnen haben, das soll mehr so in Richtung Sport gehen, dass sie nicht sagen, dass man da halt weniger Shooter spielt oder sonst was, dass man sonst irgendwas mit einem Sport im Hintergrund spielt, aber man hätte andere Spiele nehmen können. Es gäbe so viele nice, man hätte wie Sport spielen können oder sowas. Da wären schon echt kühlere Sachen dabei, wie diese App-Gip-Lewins-Geschichte. Man sagt, äh, Sif und Just Dance finde ich halt einfach nur funny, das finde ich sehr, sehr lustig. Ähm, ja. Oder man geht halt komplett hin und sagt, okay, wir machen unsere eigenen Spiele extra für Olympia und ziehen das halt alleine auf. Ich weiß nicht, wird wahrscheinlich einfach teurer werden, wie dann ein Spiel zu nehmen, was halt schon existiert. Wird wahrscheinlich sehr viel teurer werden. Aber wär halt ne, ne optional, also optional was, was man machen könnte. Wie gesagt, Zwift finde ich lustig, kann ich verstehen. Schach kann ich verstehen, also Chessbook-Comp fand ich verstehen. Das, äh, E-Baseball-Ding, nicht so wirklich. Tic-Tac-Doe könnte man deutlich besser machen, finde ich als App kacke, aber mit Motion-Tracking fände das, wär das bestimmt ne geile Sache. Gran Turismo, cool, dass das dabei ist, verstehe ich aber dann, das passt nicht so wirklich in den Rest dazu. Auch das Virtual Segel ist halt so graustufenmäßig. Wieso ist das hier? Auch allein, weil es halt auch wieder eine App oder ein Online-Ding ist. Das, das passt nicht so ganz, wenn man sagen will, okay, mir bleibt schon Sport. Ich weiß halt nicht, wie viel, äh, Autofahren und Segelfahren tatsächlich zu Olympia gehört. Ich kann mich auch echt in die Nesseln gerade setzen. Taekwondo, finde ich, hat's richtig gemacht. Das ist das einzige Spiel, wo ich sag, legit, okay, das passt zu dem Thema, was ja offensichtlich gesucht wurde, sondern man macht Sport, das in Verbindung mit Games steht. Was denkt ihr dann so darüber, über die Spiele? Ich bin ja ein bisschen jetzt am Ende ein bisschen hin und her gesprungen zwischen den Spielen. Was, was denkt ihr so an die Spiele? Was, wie findet ihr das, dass generell E-Sport vorhanden ist und, äh, die Spielauswahl? Wie, wie findet ihr die Spielauswahl? Ich finde die Idee dahinter ist schon nice, aber es ist mir so, ja, sie hat's versucht, aber es hat nicht so ganz geklappt. So ein bisschen am Thema vorbei. Ja, so viel meine Meinung. Was haltet ihr denn davon generell? Was haltet ihr davon, dass jetzt E-Sport bei Olympia da ist? Was haltet ihr von der Spielauswahl? Habt ihr bessere Vorschläge, was man so machen könnte als E-Sport? Oder kennt ihr Spiele, die man da nutzen könnte, die halt besser funktionieren würde, eurer Meinung nach? Ich hab's nicht so viel mit Sport. Den Sportspiel, das ich viel gespielt hab, war Mario Fußball. Oder, äh, Quidditch damals. Auf der, ich glaub, das war der Gamecube. Das sind so die Sportspiele, die ich gespielt hab. Also, die haben jetzt nicht so wirklich modsmäßig was mit Sport zu tun. Na, Fußball schon. Man hat halt irgendwelche Power-Moves und so. Ähm, ja, wieder kurz vom Faden abgekommen. Wie gesagt, äh, wär cool, wenn ihr eure Meinung mal in die Kommentare da lasst, was ihr dazu haltet. Und, ja, und dann danke ich für die Aufmerksamkeit und, äh, man sieht sie später. poop ist ihr hier oben wieder. Ja, und ich aufge scarcity.